Bababababababababababababababab! Jetzt geht's ab. Wer zuerst es hat gerochen, den müsste es aus dem Arsch gekrochen. Du weißt heute des Tages, meine Damen und Herren. Du piepst schon. Piepst schon. Die Ziegen. Die haben wir schon mal gespielt gegen die Ziegen. Oh, die Goats. Ja, da sind nur bloß zwei davon. Drei. Ich weiß aber nur noch, wie das Ergebnis war. Ich glaube, wir haben verloren. Die Goats sind gar nicht so schlecht. Die sind ziemlich goat. Wartiger Witz. Das ist kein Wittiger, hauptsache Fünfe von hinter mir her. Habt ihr diese Parade gesehen? Nein, ich hab grad nicht aufgepasst. Ich hab grad nicht aufgepasst. Ups, jetzt hat sie einen zerrissen. Sorry. Ich hab auch versehentlich einen erwischt. Da hab ich nichts gemacht. Waren wir jetzt nie erfahren. Ups, ich hab wieder einen erwischt. Nein, ich bin da nicht gekupft. Sehr gut. Ab den Weg gebracht. Ist aufregend. Oh shit, der kommt hoch, aber schlecht. Ups. Ups, der Gerwulf schubst mich einen weg. Weg jetzt damit. Weg da, weg da aus der Bahn. Ah, der kommt doch rüber. Ey. Komm. Oh, oh shit. Ich hab den Schänzen gehabt. Scheiße, jetzt. Jetzt reicht's aber da. Jetzt hab ich ihn getroffen. Ist ja klar. Rote Würfel auf dem Bildschirm. Jetzt geht's nicht mehr weg da. Was ist denn da so schwierig? Wenn ich so alle mal Bums werde da. Ui, shit. Hey, ich hab's zugeschossen. Wenn du 1803 geboren bist, ja. Ich hab mich extra nicht bewegt, weil der auf einem Motorraum rumtanzt ist. So ein kleiner Pisser. So geht das, ihr Arschgeigen. Und alles kann er da nicht rein tun. Weit weg zum Nachschießen. Nein. Jetzt hab ich dir rein. Ich hab ihn auch schon mal ein bisschen. Er geht noch mal. Was ist denn da los? Noch mal ein Nachschuss. Einig damit. Oh nein. Sehr gut. Wow. Noch Schuss. Oh nein, 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 nein. Oh, riefst. Okay. So. Er braucht noch Schuss. Er braucht noch Schuss. Er braucht noch Schuss. Nein, nein, nein. Ja. 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 Orgasmus. Der sauble Tropfen, dass er auch noch abhupft hat. Weißt du, ob er nicht rein geht. Guter Schuss. Danke. Gute. Gute Gute. Oh, 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 oh. Und der kommt noch mal. Ah. Das ist schon mal ja. Oh. Du weißt nicht, Matrix, ja. Ganz gleich, Fumter. Ah. Naja. Aber Toros habe ich gekriegt. Nein. Der kommt hinten, der kommt hinten. Geh weg da! Geh weg! Geh weg! Sehr gut, Herr Wulff! Ich komm nicht um! Ich bin falsch gestanden. Ja, ich bin da an der blöden Mauer festgehängt. Und mach die beste Vorlage. Ich bin da selber an der blöden Mauer festgehängt. Ich bin hinten. Einer ist jetzt gehängt und der zweite ist vorbeigesprungen. Das passiert halt leider. Schöne Richtung. Jetzt füri da! Füri, 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 füri! Aber ich kann nicht nachschauen. Ja, ja! Schön, danke! Was? Warum willst du da? Ich hab bloß rüber dupfen können. Heilige Makrele, sag doch, heilige Makrele. Geh weg hätten noch mal dupfen können. Ja. Ja, ich hab's ja bremst. Warum? Er ist ja schon noch mal angestaubt. Nein. Dass wir gegen die Ziegen noch verlieren, das wollen wir nicht. Ja eben. Ha, Baulkontakt! Und nochmal! Dann hat das wieder eingetan. Nein. Oh, der kommt, der kommt, der kommt. Ah, füri, ist jetzt hoch. Oh, der kommt. Oh, der kommt. Sau blöd. Ah, blöd. Ah, blöd. Ah, blöd presst. Das gibt's ja nicht, dass ich aber den anderen trifft. Das ist wurscht, hauptsächlich irgendwas trifft. Ja. Wieder so guter Pressball. Oh. Ja. Jetzt geht der Robert Käppen hier. Ja, Robert zerstört. Komischerweise gewinnen die aber jeden Pressballen. Nein, nochmal schau her. Wieder Pressballen und der hat ihn gewinnen. Ich hab ihn nicht einpressen können ins Tor. Ich hab ein bisschen Richtung Tor nicht pressen können, aber... Die waren weggeräumt. Ist doch neu. Nee. Nee. Mann. Oh, fuck. Oh, leider nix. Ich bin nicht spät gefahren gewesen. Der Gerber fanden schon getroffen, aber es war ein bisschen zu hoch. Um das Tuttle. Ja, aber ein guter Versuch. Ich hab's wenigstens erwischt. Ja. Um das Anschlecker wieder zu hoch. Ich geh durch die Konservendosen. Oh. Sehr gut. Wunderbar. Ah, nochmal abgelenkt. Müssen wir aus unserer Ecke raus tun. Alle drei auf einmal auf den Ball. Ich bleib schon separat. Keine Angst. Du kannst schon dranbleiben, aber mit ein bisschen mehr Abstand. Das wäre auch von Vorteil für euch. Ja. Abstand. So. Vier ich mit euch. Tor. Jetzt sind noch keine Corona-Regeln mehr. Jawohl. Nein. Boah. Nein. Ja. Verdammisch. 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 Mittig. Nein, ist der wieder da. Nein, der war schon mittig gekommen, aber der war der Oranger. Abne. Ich hab keinen Turbo mehr. Abne. Vier ich, vier ich, vier ich. Ich hab einen Robert weggeräumt. Ich wollte gerade sagen, nein hast du nicht. Mach dir Gewohnheit. Und, 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 und. Nein, denkst du nicht. Rückwärts ist soweit schwach. Das ist nur zum Ablenken. Da. Da. Da kommt er. Auf mit dem Zylinder. Ah. Ja, Leute. Ja, ja, ja. Ist der wieder im Weg. So, noch mal. Nachschuss. So, noch mal Nachschuss. Oh nein, der Wut hat er. Ja, 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 da ist was los. Da ist er. Ach. Ach. Schubst. Nicht truffen. Oh, scheiße. Ich weiß schon. Nicht truffen. Achtung Nachschuss. Ich hab ihn einmal abgelenkt, aber der kommt genau richtig. Ach. Scheiße. Ich hab ihn da abgelenkt. Einen scheiß hohen Bogen kommen. Ja. Ich hab nicht gewusst, wo der runterkommt. Jetzt stehen bleiben so hin. Ah. Revanche. Robert, der beste Spieler.